Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist jetzt Anfang April und ich habe mir vorgenommen, dass ich für den März jetzt einen eigenen Lesemonat mache. Ich habe es ja in den letzten Monaten immer so gemacht, dass ich für zwei Monate zusammen immer den Lesemonat abgedreht habe. Aber der letzte Lesemonat ist ja auch ziemlich lang geworden mit 16 Büchern. Und weil ich auch tatsächlich acht Bücher geschafft habe jetzt im März, habe ich mir gedacht, ich drehe das einmal separat ab und dann kommt auch für den April, denke ich mal, wieder ein einzelner Lesemonat. Dann sind die Videos nicht so mega lang. Das macht es mir beim Schneiden auch ein bisschen einfacher. Obwohl ich lange Videos auch gerne mag und sie auch gerne schaue. Aber für mich ist es tatsächlich dann doch ein bisschen einfacher, das jetzt mal so zu machen. Ja, acht Bücher habe ich wie gesagt geschafft. Die stelle ich euch in dem heutigen Video vor. Und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, fangen wir mit einem Buch an, das unglaublich gehypt wurde oder auch immer noch wird. Es finden ganz, ganz viele toll. Ich habe mir sehr, sehr viel davon erhofft. Leider fange ich es tatsächlich nicht so gut wie alle anderen an. Ich spreche hier von Game of Gold von Shelby Mahorin. Keine Ahnung, wie man sie ausspricht. In der Geschichte geht es um Lou. Lou ist eine Hexe. Aber in dieser Welt werden Hexen gejagt und sie darf ihre wahre Identität nicht einfach so jedem erzählen. Es ist unglaublich gefährlich für sie. Sie macht sich auf die Suche nach einem ganz bestimmten Gegenstand und dabei trifft sie den Hexenjäger Raid. Und dem kann sie noch so gerade eben entkommen, aber nicht dem Schicksal, dass die beiden heiraten werden. Für sie hat es den Vorteil, dass sie, wenn sie mit einem Hexenjäger zusammen ist, ja niemals als Hexe wahrscheinlich enttarnt werden kann. Weil niemand damit rechnet würde, dass ein Hexenjäger mit einer Hexe verheiratet ist. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, an dem sie Gefühle für ihn entwickelt und dann ist halt die Frage, was passiert, wenn er erfährt, dass sie eine Hexe ist. Ja, das Buch wurde Leuten ans Herz gelegt, die gerne das Reich der sieben Höfe mögen, beziehungsweise die das Reich der sieben Höfe lieben. Da dachte ich mir, okay, jetzt musst du es aber definitiv lesen. Ja, ich kann den Vergleich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Dieses Buch hatte nichts, was Sarah Jemace so unglaublich gut kann. Sei es die ganze Zeit Spannung aufzubauen und dass die Spannung auch permanent immer gleich bleibt. Eine tolle Protagonistin, so Badass mäßig. Ein Protagonist, in dem man sich auf jeden Fall verlieben muss und vor allem eine unglaublich tolle Liebesgeschichte. Also ich muss sagen, das alles hatte das Buch für mich tatsächlich nicht. Ich habe das Ganze als Hörbuch gehört. Ich glaube, es war gut, dass ich es als Hörbuch gehört habe, sonst hätte ich mich, glaube ich, schon manchmal ein bisschen durchquälen müssen. Es war wirklich nicht immer spannend. Also das Ganze hat sich definitiv gezogen und ja, mir hat Spannung gefehlt. Und Lou war jetzt für mich nicht die Protagonistin. Ja, sie hatte so ein bisschen was Badass mäßiges, aber tut mir leid, ich fand das jetzt nicht besonders gut umgesetzt. Raid war mir irgendwie ziemlich egal. Also er als Protagonist konnte mich echt überhaupt nicht catchen. Ich weiß nicht, warum das so viele so toll finden. Also ich muss sagen, mich hat es leider echt enttäuscht. Die Liebesgeschichte, die fand ich auch so platt. Also wirklich platt. Ja, also insgesamt hat das Ganze dann noch 3 von 5 Sternen bekommen. Das Ende war interessanter. Da wurde das auch mal wirklich ein bisschen spannender. Es kamen ja interessante Dinge raus. Also schon Plot-Twists, aber irgendwie muss ich sagen, insgesamt war das dann doch eher eine Enttäuschung für mich. Als nächstes habe ich ein Buch von einer meiner absoluten Lieblingsantoren gelesen. Und zwar in Fury Lies Mischief von Ammo Jones. Der zweite Teil in der Midnight Mayhem Reihe. Ich habe ja schon in Peace to Lies Havoc gelesen. Ich kann euch den nächsten Monat hier gerne mal unter dem i verlinken, wo ich euch das Buch vorstelle. Das ist eine komplett neue Reihe von Ammo Jones. Und ich habe den ersten Teil ja richtig gefeiert. Und im zweiten Teil geht es jetzt um Killian und um Saskia. Killian kennt man schon aus dem ersten Teil. Weil Saskia weiß ich ehrlich gesagt nicht, wenn sie im ersten Teil vorgekommen ist, habe ich sie ehrlich gesagt überhaupt nicht wahrgenommen. Aber ja, die beiden haben eine sehr interessante Beziehung zueinander. Also Killian findet das ja schon interessant, aber sie hält ihn immer sehr auf Abstand und möchte nichts mit ihm zu tun haben. Es geht immer das Gerücht rum. Wenn man sich in ihn verliebt, bricht er einem sowieso das Herz. Und das trifft eigentlich auf Killian auch schon zu. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem die Beziehung von den beiden dann doch über etwas Bestimmtes hinausgeht. Und was noch alles passiert, was alles rauskommt, welche Wendungen einen erwarten werden, möchte ich natürlich nicht verraten. Ich persönlich muss sagen, dass mir das Buch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich habe es ja auch wieder auf Englisch gelesen und es auch auf Englisch wieder zugeschickt bekommen. Was ja mich total gefreut hat, dass ich es wieder als deutsche Bloggerin auf Englisch bekommen habe. Wirklich ganz, ganz toll. Finde ich super. Ja, und ich muss sagen, dass mir, glaube ich, in Peace Lives Havoc noch ein kleines bisschen besser gefallen hat. Also in Fearless Misschiff hat auch wieder 5 Sterne bekommen, weil zum Schluss, da kamen so krasse Sachen raus. Ich dachte mir, wow, also wirklich krass. Also wirklich krass. Killian und Saskia zusammen waren so ein bisschen, ja, wie Dynamit, das bald in die Luft explodiert, weil es wirklich sehr, sehr extrem war. Die beiden haben eine Anziehung zueinander und dann ist es so ein bisschen so ein Hin und Her. Und ich fand, Ammo Jones hat es wieder super gemacht. Ich habe es gefeiert, vor allem zum Schluss die Plot Twist und dann der Teaser für In Silence She Screams. Heißt, meine ich, der dritte Teil? Mega. Also ich freue mich schon sehr auf den dritten Teil. Ich kann euch die Reihe nur ans Herz legen. Ich finde sie mega, mega toll. Ammo Jones hat sich wieder was Grandioses ausgedacht. Ein komplett neues Szenario, was wirklich eigenständig ist, was einzigartig ist, was sich von anderen Geschichten abhebt. Ich feier sie ja sowieso immer. Das nächste Buch war auch wieder ein Hörbuch. Ich habe mir ja vorgenommen, in diesem Jahr mehr von Colleen Hoover zu lesen, beziehungsweise auch als Hörbuch zu hören. Und das habe ich getan. Ich habe nämlich von Hope and Dean Forever, das ist der Sammelband, den ersten Teil gelesen. Der heißt Hope Forever, meine ich. Genau, steht hier auch nochmal drin. Hier ist ja Hope Forever drin, Looking for Hope und Finding Cinderella. Und ich habe jetzt den ersten Teil S-Förbuch gehört. In der Geschichte geht es um Dean und um Hope. Und ja, die beiden haben eine ziemlich interessante Vergangenheit. Mehr über diese Vergangenheit erfährt man aber tatsächlich erst während des ersten Teils. Ja, Hope, beziehungsweise Sky ist bei ihrer Adoptismutter aufgewachsen. Sie findet es auch völlig in Ordnung. Sie weiß auch über ihren Vater nicht besonders viel. Ihre Mutter ist gestorben. Das ist irgendwie in Ordnung für sie. Sie trifft sich mit Jungs, aber sie hat halt nie so das Kribbeln. Sie verliebt sich nie in diese Jungs. Und eines Tages taucht Dean auf und Dean weckt in ihr ganz, ganz viele Gefühle. Aber zwischen den beiden scheint ganz, ganz viel zu stehen. Und was das alles ist, was es damit auf sich hat, möchte ich nicht weiter verraten. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass das Buch Hope and Dean Forever heißt. Klar, Hope Forever heißt auch der Titel vom ersten Teil. Aber ich finde, daraus kann man noch nicht so wirklich ableiten, dass Sky anscheinend noch Hope als Namen hat. Aber was es damit auf sich hat, möchte ich, wie gesagt, nicht weiter verraten. Ich finde es halt nur schade, dass die das für den Band jetzt so gewählt haben. Ja, ich fand das Buch wieder richtig toll. Es war eine coole Highschool-Geschichte. Also das Ganze spielt auch mit einer Highschool. Aber natürlich betreffen sich Sky und Dean auch anderswo. Aber ich mochte es wirklich gerne. Ich fand die Nebencharaktere toll. Also die beste Freundin von Sky hatte so das gewisse Etwas. Auch ihren besten Freund, den sie an der Schule kennenlernt. Sie wurde nämlich ganz, ganz lange zu Hause unterrichtet. Und geht jetzt aber für ihr letztes Highschool-Jahr in die Highschool, was ja auch alles dann ganz neu für sie ist und Freunde finden. Und das kennt sie ja alles nicht, sich irgendwo anschließt. Und dann lernt sie halt jemanden kennen oder wer den besten Freund. Und das fand ich echt toll beschrieben. Einige Sachen in der Geschichte habe ich, ja, kommen gesehen. Andere definitiv nicht. Also zum Schluss, ich war so baff, als da was rausgekommen ist. Dieser Plot-Twist, der war wirklich von Hope Forever, wollte ich jetzt schon sagen, von Colleen Hoover mega, mega gut gemacht. Also ich ziehe da echt mal gut, wie sie darauf gekommen ist. Ich habe absolut nicht damit gerechnet. Mit manchen Sachen, wie gesagt, schon. Aber damit definitiv nicht. Was ich manchmal ein bisschen unrealistisch fand, ist, Sky hat definitiv Erinnerungslücken. Und während sie den kennenlernt, ja, kommen immer mal wieder welche wieder. Und ich fand das halt ein bisschen unrealistisch, dass sie dann auf einmal plötzlich alles wieder weiß. Und ja, dass alles so Schlag auf Schlag gekommen ist. Das fand ich ein bisschen unrealistisch. Aber, ja, mein Gott, ich mochte es gerne. Hat 4 von 5 Sternen bekommen. Der nächste Teil ist ja praktisch nur der erste Teil aus der Sicht von Dean, also vom männlichen Protagonisten. Und Finding Cinderella ist eine Novelle. Mal schauen, wann ich das mal lesen werde. Aber ich freue mich echt, dass ich mal etwas von Colleen Hoover wieder gelesen bzw. das Hörbuch gehört habe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das nächste Buch ist auch wieder ein Buch, auf das ich mich unglaublich gefreut habe. Es ist der sechste Teil von True North. Unser Traum von für immer von Serena Bourne. Ich mag die True North Reihe wirklich sehr, sehr gerne. In diesem Band geht es um Benito Rossi, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und hier ist die Protagonistin auch Sky. Und Sky ist Journalistin, ja, hat nicht direkt Mist gebaut, aber aufgrund bestimmter Ereignisse ist sie jetzt erstmal, ja, beurlaubt worden bzw. sie musste sich Urlaub nehmen und, ja, findet sich dann irgendwann wieder in Vermont wieder. Das ist ein Ort, an den sie eigentlich nicht möchte. Die Ereignisse, die dort geschehen sind, sind für sie nicht schön und sie möchte sich daran eigentlich überhaupt nicht erinnern. Und schon gar nicht möchte sie an Benito Rossi denken. Er war so ihr Jugendschwarm und sie hat sich damals sehr in ihn verknallt. Aber irgendwie scheint er dann doch nicht das Gleiche für sie empfunden zu haben. Und die wenige der Weile haben sich getrennt und jetzt nach, ich weiß nicht, 10 Jahren treffen sie, glaube ich, wieder aufeinander. Ja, Benito wiederzusehen ist für sie schon ein kleiner Schock, aber die Frage ist, ist da nicht vielleicht doch noch mehr? Ja, ich mochte das Buch gerne, ich habe ihm aber 3 von 5 Sternen gegeben, weil ich sagen muss, dass mich so die ganzen Nebenthematiken leider überhaupt nicht interessiert haben. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, was für Nebenthematiken, macht euch da vielleicht lieber euer eigenes Bild von oder die Leseprobe, könnt ihr auch super, glaube ich, dazu lesen. Aber die waren wirklich nicht besonders interessant für mich und deswegen, ja, habe ich dann doch auch manchmal, ja, eine kleine Pause eingelegt, bis ich da dann mal wieder drinnen weitergelesen habe. Ich mochte die Beziehung von Sky und Benito sehr. Ich finde aber, das Ganze hätte noch ein bisschen mehr Drama haben können. Also da kommt auch, aber halt auch eher zum Schluss Drama, was ich auch ein bisschen blöd fand, dass es sich so lange dann gezogen hat. Es hätte schon ein bisschen eher sein können, es hätte ein bisschen mehr sein können, um die Geschichte auch einfach, ja, interessanter zu machen. Ja, das fand ich leider echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich hätte echt gedacht, dass es ein richtig toller Teil wird, so vom Klappentext her. Aber die Umsetzung hat mich dann leider nicht zu 100% umgehauen, aber immer noch 3 von 5 Sternen hat das Ganze bekommen. Es geht auch tatsächlich weiter mit der Chonore-Reihe. Der siebte Teil ist, glaube ich, schon draußen auf Englisch. Keine Ahnung, wann er hier in Deutschland erscheinen wird. Ich hoffe, der Lyx-Verlag macht sich da auch wieder ganz schnell ans Übersetzen, damit wir den Ball hier haben können. Aber, ja, leider nur 3 von 5 Sterne für Chonore. Das nächste Buch ist definitiv für mich ein Jahreshighlight. Und zwar ist es Sparrow von LG Shen. Das Buch habe ich auf Englisch gelesen. Das gab es für eine kurze Zeit umsonst. Man konnte sich das auf Amazon für ein Kindle runterladen. Und ich habe ja kein Kindle, ich habe aber die Kindle-App für mein Handy. Genau, und da habe ich mir das nochmal runtergeladen und gelesen und ich fand es grandios. In der Geschichte geht es um Sparrow und sie wird verheiratet. Sie möchte das natürlich nicht, vor allem weil sie absolut keine Ahnung hat, warum, wie hieß er noch gleich, Troy Brennan überhaupt Interesse an ihr hat. Weil Troy kennt jeder. Er ist so ein, ja, zwielichtiger Typ. Definitiv mit einer dunklen Vergangenheit. Er ist niemand, den man jetzt für den lieben, netten Jungen von Leben anhält. Und sie hat absolut keine Ahnung, warum er sie heiraten möchte. Und das verrät er ihr auch nicht. Jedenfalls erstmal nicht. Die Beziehung zwischen den beiden ist angespannt natürlich am Anfang. Aber irgendwie findet Troy dann auch etwas an Sparrow. Beziehungsweise sie wird auch als Spitzner bekommt sie auch Red, wenn ich mich richtig erinnere. Er interessiert sich dann irgendwann doch ein bisschen mehr für sie und sie scheint irgendwas an sich zu haben, was ihn interessiert. Was da noch alles passiert und warum Troy sich dafür in Anführungszeichen entschieden hat, sie zu heiraten, das müsst ihr selber nachlesen. Ich würde das Buch wirklich in einem einzigen Wort beschreiben und das ist perfekt. Der Handlungsverlauf war super. Spannung war die ganze Zeit da. Ich konnte nicht aufhören, weiterzulesen. Ich mochte Troy, ich mochte Sparrow. Sie waren super Protagonisten. Die Chemie, dieses auch hin und her zwischen den beiden fand ich super. Die Plotwists, oh mein Gott, sie waren grandios. So wie ich es von Eiji Shen kenne, hat sie wirklich mega gut umgesetzt. Also ich kann euch das Buch auf jeden Fall ans Herz legen. Es ist ein etwas älterer Titel von ihr. Ich glaube, der ist 2016 erschienen. Aber er ist auf jeden Fall nicht schlechter als andere Titel, die jetzt vor kurzem von ihr rausgekommen sind. Und wirklich, sie hat mal wieder gezeigt, dass sie eine absolut grandiose Autorin ist für mich. Echt, sie denkt sich so coole Geschichten aus und baut das alles so gut aufeinander auf. Und dann auch immer diese Plotwists und diese Wendungen, mit denen ich absolut nicht rechne, vor allem halt auch in so einem Genre wie New Adult, finde ich grandios. Also ich kann es euch nur ans Herz legen. Ihr solltet es auf jeden Fall lesen. Ich hoffe, dass es vielleicht auch jetzt irgendwann auf Deutsch rauskommt, dass der Lyx-Verlag das auch übersetzt. Aber von mir definitiv 5 von 5 Sternen, absolut grandios. Zu dem nächsten Titel möchte ich eigentlich nicht mehr ganz so viel sagen. Das ist der dritte Teil einer Reihe. Und zwar Der dunkle Tyrann von Penelope Sky. Ich habe euch ja im letzten Lesemort den ersten und zweiten Teil vorgestellt. Verlinke ich euch ja auch nochmal direkt unter den i, wenn ihr da mehr über den Inhalt wissen möchtet. Aber der dritte Teil war jetzt der Abschluss dieser Trilogie. Ich persönlich muss sagen, dass mich die Trilogie etwas enttäuscht hat. Ich habe ja The Wolf and the Cheap bzw. die Wolf-Series von ihr gelesen und die hat mir deutlich besser gefallen. Leider konnte mich jetzt die Banker-Series nicht so ganz von sich überzeugen. Schade Marmelade. Ich hätte echt gedacht, dass es vielleicht auch wieder so eine richtig tolle Buchreihe ist von ihr. Aber leider ist dem nicht so. Was ich echt schade finde. Aber gut, wenn es halt so ist, dann ist es so. Der dritte Teil hatte jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viele besondere Handlungsstränge. Ich fand so zwei, drei Sachen ganz interessant. Die waren auch nicht schlecht umgesetzt. Aber ich muss echt sagen, insgesamt war der dritte Teil und auch die Reihe nicht das, was ich mir auch hofft habe. Der erste Teil war für mich tatsächlich noch der beste, weil ich den Anfang und das Ende super fand. Der mittlere Teil war so ein bisschen, aber wie gesagt, Anfang und Ende konnten mich da echt überzeugen. Aber der zweite und der dritte Teil haben die nicht nachgelassen. Schade, aber ich werde auf jeden Fall nochmal was von ihr lesen und gebe ihr auf jeden Fall noch eine Chance, weil ich die Wolf-Series halt wirklich so unglaublich gut fand. Das nächste Buch war ein Buch, was ich auch wieder als Hörbuch gehört habe und was mich doch ziemlich überrascht hat, muss ich sagen. Und zwar ist das Cursed Case von Alana Falk, der erste Teil von der Gods of Ivy Hall Reihe. Ich finde Alana Falk ja wirklich, ja, grandios in dem, was sie da so manchmal schreibt. Wenn ich so zum Beispiel am Sternfinsternis denke, das war ja wirklich ein Buch, was ich so grandios fand. Es hat 5 von 5 Sternen bekommen. Und auch Sternensturm hatte definitiv einen Plotwist, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Deswegen war ich umso gespannter auf ihr neues Buch. In Cursed Case geht es um Aaron und Aaron ist eine Rache-Göttin im Auftrag von Hades. Sie ist am Ivy Hall College und muss jede Woche einen Jungen küssen und ihm seine Seele damit rauben, diese Hades übergeben, weil sie einen Pakt mit ihm geschlossen hat. Sie möchte aus diesem Pakt raus, aber es gab Gründe, warum sie ihn geschlossen hat. Und zwar um die zu schützen, die sie liebt. Aber eines Tages taucht Aiden auf und Aiden ist anders als alle Jungs, die sie je kennengelernt hat. Er weckt wirklich Gefühle in ihr, erscheint sie auf einer ganz anderen Ebene zu erreichen. Und das ist natürlich für Aaron was ganz was Besonderes, aber auf der anderen Seite muss sie natürlich auch sehr, sehr vorsichtig sein. Und vor allem ist halt die Frage, ob die Beziehung von den beiden überhaupt eine Chance hat, weil sie eben diese Rache-Göttin ist und ihn auf jeden Fall nicht küssen kann, weil sie ihm damit die Seele rauben würde. Was alles noch am Ivy Hall College passiert und was mit Aiden und mit Aaron noch alles passiert, müsst ihr selber nachlesen. Das Buch hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Und das ist eigentlich echt, ich sag mal in Anführungszeichen, ein kleines Wunder, weil ich eigentlich bis kurz vor Schluss dem Buch so 3 bis 3,5 Sterne geben wollte. Das lag daran, dass sich die erste Hälfte sehr gezogen hat, also da sind nicht so viele interessante Sachen passiert. Die zweite Hälfte hat mir deutlich besser gefallen, die hatte etwas mehr Tempo, auf jeden Fall auch mehr Spannung. Aber insgesamt habe ich mich dann doch eigentlich so für 3 bis 3,5 Sterne entschieden. Und dann kam das Ende. Und das Ende hat dafür gesorgt, dass das Buch 4,5 Sterne bekommt. Denn das Ende war einfach nur mindblowing as hell. Wirklich. Also ich habe, ich konnte zum Schluss auch nicht mal das Hörbuch hören. Ich musste mir das Buch nehmen und die Seiten lesen, weil ich viel, viel schneller natürlich mal beim Lesen bin, als beim Hörbuch hören. Es war so unglaublich krass. Wirklich. Ich habe mit einer Sache schon gerechnet, weil ich das Ganze ein bisschen zu einfach fand. Aber die Sache war so unglaublich viel größer, als ich es mir je hätte vorstellen können. Und ich habe da so richtig gesetzt und mir gedacht, oh mein Gott, wie soll es jetzt weitergehen? Ich brauche eigentlich direkt den zweiten Teil. Aber der erscheint ja leider erst im August. Den werde ich aber sofort anfangen zu lesen oder auch wieder als Hörbuch hören, wenn ich ihn habe. Weil dieses Ende, oh mein Gott, ich bin so geschockt gewesen. Also Alana Falk hat mich wieder voll gecatcht und sie hat mir wieder gezeigt, warum ich ihre Bücher so gut finde. Auch wenn die schon langatmig sein können, aber es lohnt sich wirklich immer. Gerade nur wegen des Endes lohnt es sich, weil es einfach grandios ist. Ich ziehe meinen Hut davor. Ich habe damit absolut nicht gerechnet. Nochmal, ich war so geschockt. Unglaublich. Also wirklich, wirklich unglaublich. Ja, ich bin wirklich echt, danach war ich etwas fertig mit meinen Nerven. Aber Leute, das Ende. Es hat wirklich alles rausgerissen. Das letzte Buch, was ich im März gelesen habe, war Dream Again von Mona Carsten. Das ist ja der fünfte Teil in der Again-Reihe. Ich mochte ja Hope Again unglaublich gern. Das war der vierte Teil. Der hat echt für mich, ja, so viel rausgerissen. Ich muss immer wieder betonen, ich bin nicht der allergrößte Mona Carsten Fan, aber das Buch hat mir definitiv richtig, richtig gut gefallen. Und in dem Teil lernt man halt auch schon Blake kennen. Um den geht es ja hier in Dream Again. Deswegen war ich umso gespannter, wie mir das gefallen würde, weil ich Blake als Nebencharakter echt ziemlich cool und interessant fand. Ja, wie gesagt, es geht um Blake und um Jude. Die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit. Sie waren mal in, ja, was heißt jungen Jahren, vor ein paar Jahren, so mit 18 ungefähr, ein Paar. Die Wege der beiden haben sich getrennt, weil Jude in L.A. eine Schauspielkarriere gestartet hat. Und Blake ist ja dann in Rutschel gewesen, um zum College zu gehen. Und die Beziehung der beiden hat, ja, nicht mehr funktioniert, beziehungsweise Jude hat mit dem Schluss gemacht. Jetzt ist eigentlich alles in die Brüche gegangen. Die Schauspielkarriere von Jude hat ihr Ende genommen und sie braucht eine Bleibe, denn ihr ganzes Geld ist ebenfalls weg. Sie zieht dann zu ihrem Bruder, der ruht allerdings in einer WG zusammen mit Blake. Das Wiedersehen von den beiden verläuft nicht besonders schön, wie man sich's vorstellen kann. Aber die Frage ist natürlich, ist da noch was zwischen den beiden, was, ja, vielleicht die ganze Zeit noch da war. Ich fand das Buch mittelmäßig, leider. Es hat drei von fünf Sternen bekommen. Es ist wirklich ziemlich lang. Also, es hat ungefähr so 470 Seiten, was ich für ein Edit-Buch schon wirklich lang finde. Ist nicht direkt ein Minuspunkt. Wenn es gut gemacht ist, dann kann ein Buch von mir ungefähr so lang sein wie, weiß ich nicht was. Aber ich muss sagen, das hat man deutlich gemerkt. Ich habe das Buch auch nicht in einem Rutsch durchgelesen. Ich habe immer mal wieder Pausen eingelegt, weil ich es dann doch etwas langatmig fand. Ich habe mir zwischendurch auch mal das Fallbuch genommen für mal so einen kleinen Durchhänger. Das hat echt ganz gut geholfen, muss ich sagen, um dann wieder dann auch reinzukommen und weiterzulesen. Mein Problem war, glaube ich, dass ich Jude nicht besonders mochte. Sie war, ja, für mich nicht besonders toll. Ja, sie hat es definitiv nicht einfach. Und ja, ihr sind schlimme Sachen widerfahren. Aber sie kann auch einfach mal den Mund aufmachen, auf den Tisch hauen und sagen, was Sache ist. Ich finde, das hätte viel, viel besser dazu gepasst, anstatt dass sie sich die ganze Zeit so, ja so, in sich versteckt und so introvertiert ist. Das ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt okay. Aber das hat sie mir ehrlich gesagt nicht besonders sympathisch gemacht. Und Blake tat mir, um ehrlich zu sein, ziemlich leid. Ich mag Blake echt ziemlich gerne, aber ich muss sagen, shame on me. Ich finde, er hat was Besseres verdient als Jude, weil ich einfach sagen muss, sie ist nicht meine Lieblingsprotagonistin. Blake hingegen mochte ich echt gerne, aber er tat mir, muss ich sagen, echt leid. Er hat es auch nicht einfach. Aber was Jude so mit ihm gemacht hat, ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie ein bisschen unehrlich, alles von ihr. Das war, glaube ich, so ziemlich mein Problem. Neben das Ende, ja, war dann irgendwie wieder ganz schön. Ich mochte den Epilog irgendwie gerne. Der war echt schön, muss ich sagen, aber ich fand das alles ein bisschen unauthentisch. Ich fand vor allem Jude unauthentisch. Und das war, glaube ich, auch mein Problem mit der ganzen Sache. Ich mochte ihren Bruder total gerne als Nebencharakter und auch so, ja, den Kumpel, den sie da so ein bisschen kennenlernt. Ich mochte die beiden gerne, aber, ja, ich muss sagen, insgesamt war das dann doch eher ein Flop-Buch als ein Top-Buch. Leider, aber, ja, schade Marmelade wieder so ein bisschen, weil ich Blake echt gerne mochte. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. So, das war mein Lesemonat für den März. Ich hoffe, wie immer, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch die Bücher ein bisschen genauer vorstellen konnte. Macht euch natürlich wie immer euer eigenes Bild. Nur weil ich ein Buch gerne mag, müsstest ihr es nicht mögen. Und nur weil ich ein Buch nicht mag, heißt es nicht, dass ihr es nicht mögen könnt. Es ist immer eine subjektive Meinung. Gerade auch so zum Beispiel bei Game of Gold. Das finden ja wirklich ziemlich viele toll. Aber ich muss halt sagen, mich hat es leider überhaupt nicht überzeugt. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video.